Willkommen zurück liebe Leute bei Das der Analyse & Tale. Weiter geht es jetzt hier Richtung die nächsten Mansions. Ja, hier sind wir ja beim letzten Mal hier ehrlich gestorben, darum brauche ich gar nicht hin. Bei der gibt es ja eh nur dieses, die normale Schatztruhe. Genau, da war der Stand. Da haben wir jetzt die Fähigkeit auch bekommen, wie man gerade eben schon wieder gesehen hat. Mit dem Cliffhanger, sag ich jetzt einfach mal, der Griff halt. Jo, dummerweise war es jetzt immer noch nicht so wirklich. Vielleicht mit einer anderen Fidget-Fähigkeit. Oder ich fülle mich einfach mal nur. Sehr schön, Trick 17. Genau. So, irgendwas das hier sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Nein. Oh, scheiße. Ja, ne? So ist das. Müssen wir auf jeden Fall wieder hier hoch. Ja, die machen jetzt einfach mal alle mit hier. Die sind in den laufigen Westen da. Und dann nehmen wir uns auch echt wieder hier. So. Ne. Ähm, die Fähigkeit hier. Oh, halt. Was ist das Item vergessen? Gut, wieder hier hoch. Genau. Genau. Genau, und hier hoch. Optimal. Ach so. Jo. So, nach rechts und hoch. Wir müssen aber eher mal nach rechts. Würde ich meinen. Warte mal, geht das jetzt überhaupt? Ach ja, doch. Müsste gehen, ne? Ja. Ähm. So, weil hier sind es ja insgesamt dann zwei. Genau, ganz rechts und so rechts unten. Dann schauen wir einfach da jetzt mal. Ah, nächstes Safe Point. Sehr schön. Okay. Das Ding hört auch nicht mehr viel aus. Äh. Haha. Gut. Trotzdem mal gerade mal hier gucken. Hä? Habe ich jetzt das Viech da getroffen, oder wat? So. Scheißviech. Hau und ab. Ohne Hotdog. Geil. Äh. Wobei. Ne. Geh mal da runter. Na, hier war's immer noch nicht. Loll. WTF. Haa. Ach, na super. Ah. 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 Boah, perfekt. Achso, aha. Bäm. Hä? Irgendwas ist hier nochmal so ein Dicken? Hä? Äh. Hä, ich hab das... Ich kann doch nicht sein, dass es nur das Hähnchen hier war. Oder doch? Nee, ist das sonst nichts, ne? Hä? Aha. Na dann. Achso, Mist. Vergessen. Gut, dass die kommen mit. Nein. Nein. Echt. Huh, nice. Alles klar. Äh. Noll. gut dass alles kann wie ich das dass er mit dem hier garantiert nicht schaffen da wo ich jetzt wahrscheinlich gehen nein gut geht jetzt mal der hier blablab nice also noch einer so machen wir es gerade mal dann machen wir jetzt hier den auf Angriff genau und Inventar müssen wir ja eventuell oh guck mal das an hier 170 und 24 dann nehmen wir doch ganz klar jetzt das hier haben wir ja beim letzten Mal gefunden ja ne hatte ich das ach ne ich bin ja gestorben ich depp jetzt weiß ich auch wieder was ihr gemeint hattet immer was zu der Klinge betrifft hatte ich beim letzten Mal ja auch wieder vergessen oder beim ersten Mal ja schon und jetzt gerade eben schon wieder alles klar da geht nur das Glück hoch da geht alles runter ja bin dann noch ein zweiter auch ja passt alles klar so jetzt haben wir uns wieder geupdated hier auf den neuesten Stand na komm jetzt hätte ich gerade gedacht hier doch wieder verrägert jetzt auch hei 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 alle klar Alter zieht sich die Durchsatzkoppel schon wieder anders hier ne so äh wir müssen runter oh shit naja aber lieber hier landen und statt im Graben oder sowas wird wird jede Menge Items Zimtgebäck so woher müssen wir jetzt eigentlich normalerweise nach rechts gut dann schauen wir uns erstmal hier links an Aha und so den holen wir nämlich auch noch alles klar Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel Moment Da komme ich doch nicht hoch, schade Das sah gerade so aus Aber wohl nicht So, alles da, Moment Na, ich gehe mal eher Hier runter würde ich meinen Na, komm Ja, lol Okay, alles klar Ah ja, guck mal an hier Das will sie doch hundertpro wieder mitnehmen Nein Was ist denn das? Zug dich doch Ach, da kommt er jetzt nicht durch So Geht doch Alles klar So Der ist auch weg Der Schleimploppel Gut Äh, go Viele Möglichkeiten gibt es hier auch nicht, ne? Hier gibt es hier noch einen Schatz So, jetzt kann ich mal kurz gucken Hm Runter, 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 rechts, rechts Theoretisch gesehen, wie das funktioniert Ich habe echt keine Ahnung, wie das Scheiße hier besiegt Ja Ja Hm Okay. So, jetzt hat er war. Oh, mega, ich versuche ihn. Doch nicht. Au. The fuck? Scheiß, wie? Gut. Hä? Äh. Oh, nee, ist das ein Witz. Oh, shit. Oh, ja, das hat er jetzt gerade auch gesehen. Schlüssel. Alles klar. Ja. Fuck. Nein. Oh, fuu. Das ist natürlich bitter. Oh, Moment, stimmen jetzt hier Items noch? Äh. Kacki. Ja. Scheiße. Oh, nein. Das ganze Zeug hier wieder. Äh. Ja. Ja. Das ist auch weg. Ah, ja. Da war ja jetzt was. Stimmt ja. Nochmal das Teil hier holen. Ach, Mann, das ist nervig. Was muss ich denn jetzt auch abkacken? Was muss ich denn jetzt auch abkacken? Jetzt aber. Ja. 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 Genau, da war ja jetzt was hier. Mal wirklich mitnehmen. Den Einschlüssel hier. Zack. Wunderbar. Hey. Gott. Level up. Genau. Mach jetzt nochmal das hier. So. Hopp, 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 hopp. Ja, sorry, dass ich jetzt hier so abgekackt hab. Aber in dem Fall war ich einfach ein bisschen länger. Hier Zeugs. Weil das hier, nehmen wir gewaltiger Zeit hier ein Spur hier. Das abhacken, etc. Da. So. Ja, nochmal. Gott. Ah ne. Ah ne. Jetzt mal hier durch. Hier durch. Gell. Nein. Oh, ich depp. Schaff ich das jetzt noch. Hopp, 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 hopp. Nein. Scheiße. Halt, muss ja wieder da rein. Ha, ja. Machen wir heute ein bisschen länger. Fuck. Hä. So. So. Nein, nicht. So, jetzt kommen wir hier dieses Navigifiete gleich wieder. Hm. Hm. Jo. Hier dann. Stimmt. Brauert. Oh man. Hm. Hm. Hilfe. Nicht schon wieder sterben. Nicht schon wieder sterben. Nicht schon wieder sterben. Nein. Woah. Fuck. Äh. Brezel. Das war knapp. Das war jetzt grad richtig knapp. Äh. Ah. Äh. Ah. Gott sei Dank. So, was haben wir jetzt hier noch? Gegengift 40. Ah. Kommt dann gleich der nächste hier. Kommt der hier noch. Äh. Können wir sich mal verpissen. Noch einer. Äh. Warte mal. 2 ist theoretisch nach rechts und runter gehen. 2 ist theoretisch nach rechts und runter gehen. Äh. Ne. Geh mal runter. Geh mal runter. Warte mal. Der ist ja zu weh wo ich noch irgendwas im Essen droppen oder so. Ne. Der auch nicht. Der ja wahrscheinlich erst recht nicht. Gott. Boah. Mann. Mann. Wunder. Wunder. Läden aufgefüllt. Subi. So. Otto. Ausmüll ist eigentlich. Genau. Gibt's noch einen Schatz. den man hier theoretisch praktisch blümmern kann. Nein. Oh. Lass mich in Ruhe. Boah. So. Geht auch. Haben wir jetzt hier nochmal irgendwas? Oh ja. Got. Äh. Hm. der herzler kam ich trau diese spiele nicht ich spiex 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 so Prozent genau hier geht es also auch über sie nur hier an die Fallspieler Jots heute wohl müssen wir nennen von jeweils auch nur das hier aber wir kommen jetzt hier oder ja ich habe mich hier hier nicht wer geht nur noch mal ist das so gut da hat sich erledigt die war wohl nicht so weiter genau jetzt auch dort Ah, na, ist ein Bauplan. Nee, da will ich nicht hin. Oh, fuck. Boah. Äh, hmm. Ja, ne? Jetzt haben wir ein leichtes Problem. Läden aufgefüllt, das finde ich halt immer genau wie vor, klasse. Aber ich früchte mal ein echter ein. Jetzt hier so mit der Zeit. Das wäre jetzt mal voll Deluxe. Wenn ich hier es reinfinden würde. Boah, Gott, Gott, Gott. Oh nein. Oh nein. Nein. Das gibt es nicht. Das kann jetzt wohl nicht wahr sein, ne? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Scheiß, die Wandern. Alter, was ist denn das? Hä, Moment. Ah, ohne einen Teleporterstein kannst du dich teleportieren. Hm. Scheiße. Weil das wäre jetzt eben hier so mal meine Alternative gerade gewesen. Soll ich da jetzt echt nochmal hin? Naja, hilft ja nichts, ne? Und nochmal. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. So. So. Und nochmal eins. Ach man, ist das Ätzend hier. Bin ich froh, dass sie fertig ist. Aber ich schätze mal, das wird nach wie vor nicht einfacher. Ja. Ja, die Riesenlinger hier, die ignoriere ich jetzt einfach dann in Zukunft. Also hier, diese komischen fliegenden Handeln hier. Weil das geht gar nicht. Na, gut, das heißt zweit unten. Nein. Nein. So. Gut. Gut. Und nochmal das hier. Ja. Also hier, das ist ja ganz gut in Schwierigkeitsgrad, nicht ohne, nicht ohne. Okay. Gut. So. Quatsch. Gut. Das war der. Alles klar. Jetzt aber nochmal. Jetzt nochmal richtig. Ach genau. Dein wollte ich ja eh. Richtig. Ne, oder? Ach, kommt. Ah, nee. Gut. Dann soll es heute nicht sein. Mache ich an dieser Stelle doch nochmal ein Päuschen, weil das geht gar nicht. Ähm, ja. Heute bin ich wohl nicht on top hier. Gut. Ja. Was war es? Ich hoffe, es hat euch denn so ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Haut rein. Ich wünsche euch was. Servus und ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.